Bei der Teilaufgabe H möchte ich wissen, wie lang es dauert. Also gesucht ist die Zeit T, bis das Ding dann mit Wasser gefüllt ist. Also das Soll hier, das ist so ein Brunnen und das ist mit Wasser gefüllt. Und dazu brauche ich das Volumen. Das Volumen der Pyramide sind 72 Volumeneinheiten, irgendwie Liter oder sowas. Und das Gemeine ist von diesen 72, da ist ja so dieser Steinklotz drin, den muss ich abziehen. Also das gesuchte Volumen ist die 72 minus die Halbkugel. Und ich kenne aber den Radius, der ist Wurzel aus 6. Und ich kann nachschauen in der Merkhilfe, also Volumenkugel ist 4 Drittel R hoch 3 Pi. Also logischerweise, es braucht ja Kubik, Kubikmeter oder sowas, deswegen R hoch 3 Pi ist immer drin. Die 4 Drittel kann man sich merken. Halbkugel, also mal ein Halb. Das heißt, also das gesuchte Volumen ist 72 minus, also ein Halb mal 4 Drittel, also Wurzel aus 6 hoch 3 Pi. Gibt irgendeine Zahl. Eintippen. Fertig. Jetzt ist noch die Frage, 80 Milliliter in der Sekunde, also ich würde es mit 3 Satz machen. Den kann man für das Abi schon noch einmal lernen. Also ich habe 80 Milliliter, also das Ganze ist in Liter, also 0,08 Milliliter. Milliliter. Milliliter ist ja Tausendstel. Also 0,08 Liter in einer Sekunde. Okay. Und dann eben 1 Liter in, jetzt teile ich, ja, dividiert durch 0,08. Eine Sekunde durch 0,08 Liter. Und dann die x Liter, das ist das, was hier rauskommt, diese 72 mal, also das Volumen. Da muss ich jetzt hier auch das mal nehmen. Also 72 minus 1,5, jetzt ist der Stift, machen wir mal kleinere, dünner, so. So, ein bisschen größer. Also 72 minus 1,5 mal 4 Drittel mal Wurzel 6 hoch 3 Pi. Das Ganze in Klammern und das Ganze mal 1 durch 0,08. Ja, und das ist dann die Zeit. Hier, da habe ich hier Sekunde durch Liter und das ist auch wieder Liter. Kürzen sich die Liter weg, Sekunde bleiben, kommt raus. Also 515 Sekunden ist das Ergebnis. 5, 1, 5 Sekunden, fertig.